Haben wir schon einen Bio-Loop? Ich muss mal gucken, was wir hier überbrauchen. Einen Bio-Dings haben wir nämlich glaube ich noch nicht, oder? Doch, haben wir schon. Also schon ein Bio-Tec-Labor. Gewinn an Expertise 73. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Unsere Handelsabkommen laufen bald ab. Okay. Äh. In Ihrem nächsten Besuch der Konferenz bitte meine frühere Ingenieurin. Es ist nahezu unmöglich, Sie über das Netz zu kontaktieren. Waren wir dann Biologie? Biomedizinische Labor brauchen Bio-Hazernstands-Synszellen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Shuttle kommt planmäßig an. Das ist ja eigentlich alles gut. Ah, das mit dem Positiv werden ist halt so eine Sache. Ah, das mit dem Positiv werden ist halt so eine Sache. Da muss eine positive Sektorbilanz wieder, was das betrifft. Okay. Wenn sie nicht profitabel ist, wird sie gelöscht. Oh, dass wir so viel Kohle wieder verlieren in so einem Shit, ey. Ah, Arbeitskraft, Angestellte, Unterhaltkosten, Arbeitskraft. 14.000. Verstehe. Eine offizielle Finanzspritze. Hoffentlich reicht es aus, um die Bücher auszugleichen. Zu freundlich. Jetzt fehlen wieder Bauer-Bots. Ja, da fehlen wieder die. Fehlen uns wieder Strom. Irgendwas ist ja immer, ne. Fehlen uns, ach Gott, geht auch weg. Bauer-Bots. Neue Firmenstufe haben wir. Das würde ich sagen, setzen wir dann ein. Haben wir hier irgendwas, von irgendwas hier in der Überproduktion? Oder wirklich starke, die sich lohnt zu verkaufen, nicht wirklich, ne. Eiei, 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 eiei. In meinen bescheidenen Räumen. Treten Sie ein und setzen Sie sich. Guck mal, die Bau-Bot-Produktion nicht steigern. Ich habe wieder einen Quanten-Computer. Oh Gott, das ist ja nie. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Es stört mich nicht. Ich habe gern Gäste. Ich denke, das ist ja schön. Ich denke, das ist ja schön. Nicht wirklich, da müssen wir eine höhere Produktion starten. Genauso wie dort. Jetzt sind wir uns, um das Problem zu lösen. Jetzt sind wir bei plus 1. Jetzt haben wir schon mal etwas. Jetzt haben wir eine guten Bedarfsabdeckung. Einen guten Bedarfsabdeckung, genau. Eine gute Bedarfsabdeckung. Dann machen wir dasselbe Spiel auch mit den Quantencomputer und so weiter. Dass wir da das auch hinliefern, dass wir da genügend haben. Und dann versuchen wir das mal zu halten. Beziehungsweise auszubauen. Wäre noch besser. Dafür brauchen wir die Kugelprozessoren. Für die Kugelprozessoren brauchen wir mehr Modikdien. Dafür müssen wir... Das können wir hier nicht beanspruchen. Da wir nicht genügend Kohle haben. Oh, hey. Alles gut bei dir? Kau verkaufen. Guter Preis. Gekauft. Was für ein Deal. Ich wäre blöd, wenn ich da Nein sage. Dann war das zumindest schon mal so gelöst. Sehr vorausschattend. Ein weiterer Firmensitz in der Arktis wird sich als nützlich erweisen. Tu war das doch nicht. Ich setze vollstes Vertrauen in Sie. Zack. Plus 8. Wunderbar. Kugelprozessorenlimit erreicht. Brauchen. Allerdings. Dann jetzt noch ein weiteres davon. Um die zu produzieren, damit wir dort ein größeres Aufgebot haben. Wir brauchen allerdings mehr ... wir brauchen mehr Energie. Das brauchen wir. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Das ist mir jetzt auch erstmal egal, dass dem so ist. Wir können noch zwei platzieren, natürlich. Wir brauchen mehr Energie. Dann haben wir ein Plus von 7. Wir brauchen mehr Energie. Wir brauchen mehr Energie. Und 3 Draten von 1200. Das ist noch ein paar. Fehlende Waren Nein, das war der Fisch Anderes geht nicht, Methaneis Und so brauchen wir vor etwas anderes Ja, ist ja gut, ich bin doch schon dran Jetzt funktioniert es, das ist aber schön Damit haben wir jetzt eine Überproduktion Reicht die Überproduktion jetzt aus? Die reicht aus Wir wollen nicht übertreiben Bestätigen Die Route wird überarbeitet